Ich spiele Fußball, ich war nicht tot. Natürlich, ich liebe Fußball. Und noch, lieber, schieße, ich tolle. Aber am Listen, dann sing ich. Thierry Fidjö tanzt in seiner Freizeit. Als Führungsspieler im U21-Nationalteam von Kamerun absolvierte ein Probetraining beim VfB Stuttgart, steht kurz vor einem Wechsel in die italienische Serie B. Doch unfähige Manager sorgen dafür, dass er verlieren möchte. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017